Seit dem Unfall arbeite ich noch härter. Ich habe praktisch jede Schraube selbst festgezogen. Und für diesen Gauntlet haben wir die Autos noch sorgfältiger vorbereitet als bisher. Das ist ja schön und gut, aber Sie nehmen mit nur einem Auto am Gauntlet teil. Vielleicht ändert sich da noch was. Entschuldigt bitte. Ich wurde am Telefon aufgehalten. Euch fehlt eure beste Fahrerin? Sie wollte dich überraschen. Wie schwierig war es, sich von so einer Verletzung zu erholen? Ach, ich höre diese Frage oft. Ich beantworte sie ein letztes Mal. Natürlich ist es hart. Ich wache auf und es ist nicht da. Es... Was ich sagen will, das ist noch lange nicht vorbei. Ich muss viele Schwierigkeiten überwinden. Yume, bist du wirklich schon bereit? Sieh es ein. Du könntest mich niemals davon abhalten. Das ganze Team steht hinter mir. Und ich habe mich selbst für das Comeback entschieden. Dann holen wir uns die Meisterschaft, Baby. Wir haben die Autos modifiziert und ich musste mich umstellen. Aber das gehört halt dazu. Ich bin immer noch Yume Tanaka. Senecas erste Fahrerin. Seneca, Ravenwest, Waltz. Yume Tanaka mit ihrem überraschenden Comeback. Senecas 22, die bereit ist, dieses Jahr in die Geschichtsbücher einzugehen. Was uns hier bevorsteht, wird mit Sicherheit das dramatischste Saisonende, das wir jemals hatten. Okay, 22, wie besprochen. Yume will sich wieder eingewöhnen und die Änderungen an ihrem Auto besser kennenlernen. Liefere ihr ein gutes Rennen und halte dich nicht zurück. Sie ist immer noch schnell. Es fühlt sich alles noch ein bisschen komisch an, aber ich gewöhne mich schon dran. Danke, Ajit. Gute Arbeit. Herr Jesus, das Team, könnt wahre Wunder vollbringen. Wenn wir zusammenhalten, werden wir gewinnen. Liefere ihr ein gutes Rennen. Ja, das gewisse Etwas ist noch da. Als wärst du nie weggewinnen. Nach vier Monaten das erste Mal wieder am Steuer und sie hat's immer noch drauf. Wie der Feuer? Wo sind wir früher? Wo sind wir seineبyears Classic? Wo sinds? Wo sind wir alle? Boatden Aller? Wo sind wir? Untertitelung des ZDF, 2020 Fühlt sich gut an, die Bramsen reagieren gut. Echt schön wieder am Steuer zu sitzen. Fühlt sich gut an, die Bramsen bewegen. Fühlt sich gut an, ich brauche sie nicht und sie sich für den Weg. Fühlt sich gut an, ich brauche sie nicht und sie sich für den Weg. Fühlt sich gut an, ich brauche sie nicht, ich brauche sie nicht. Fühlt sich gut an, ich brauche sie nicht. Fühlt sich gut an, ihr wirkt stärker als ihr zuvor. Es macht Raven West die Hölle heiß. Okay, Junge. Du wirkst besser als ihr zuvor. Du hast recht, du bist bereit. Ich kriege vom Zuschauen eine Gänsehaut. Du hast recht, du hast recht, ich brauche sie nicht. Bis zum nächsten Mal.